Hallo und willkommen zu Mass Effect 2. In dieser Folge werde ich mich wieder mal um die Overlord-Mission, also um das Overlord-DLC kümmern. Ich hatte die Folge ja schon mal aufgenommen, aber die ist bei dem Super-Go Ende Januar draufgegangen und ja, gehen wir sie halt mal wieder an. Schon wieder. So, dann müssen wir erst mal zum, oh, Bayekin-Portal. Äh, oh, hier unten ist das. Das ist ein Massenportal, joey. So, Systeme fliegen und dann hier raus. Träbstoff brauchen wir nicht, brauchen wir alles nicht. Ähm. Was hatte ich jetzt gesagt? Achso, Overlord. Ähm. Ähm. Overlord ist hier hinten. Ja, das ist denn zum Glück die letzte Folge, die ich nochmal neu aufnehmen muss. Äh. So, da hinten hin. Ne. Zack. Und da landen. Zack. Landen. Hm. Hm. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube bis zum Lift. Bis wir den Horizontallift benutzen. So weit müssen wir jetzt mal nachspielen. Hm, schauen wir mal. Zauern wir mal. Ja. Sorry. Legion Tali. Skillpunkte. Oh. Oh, oh, oh. Zurück. Kampfdrohne kann man's geben. Und Tali kann KI hacken, geskillt werden. So, da fehlt eine Zack. Waffen, Partikelstrahler, bla bla bla. So, landen wir mal auf den Planet. Auf dem? Auf dem Planet. Auf dem Planet. Oh, no. Erkläre ich Ihnen später. Aber erst müssen Sie die Übertragungsschlüssel außer Betrieb setzen. Die Steuerung ist nicht weit von Ihrer Position entfernt. Sie müssen sich beeilen. Yo, yo, yo. Oh, jetzt sehe ich hier gerade was, was ich bei meinem ersten Playthrough oder bei einem richtigen Playthrough nicht mitgenommen habe. Das habe ich hier ganz übersehen. Ah, fuck. Ah, naja. 2000. Ist jetzt auch nicht die Welt. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass diese Anlage gesichert ist. Alle Waffen. Oh. Hier drüben. Auf dem oben. Da sind Sie ja. Ich habe mich in einem Computerraum auf der anderen Seite der Basis eingeschlossen. Hier laufen Geld frei herum. Ein VE-Programm hat sich selbstständig gemacht. Die Kontrolle übernommen und... Ich habe heute viele Freunde verloren. Ich will nicht, dass Sie sich zu Ihnen gesellen. Seien Sie bloß vorsichtig. No problem. No problem. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass diese Anlage gesichert ist. Alle Waffen müssen beim Betreten abgegeben, ob dem diensthaften Sicherheitspersonal überstellt werden. Oh. Ah. Oh. Memo an das gesamte Personal des Projekts. Wie ich höre, gibt es Bedenken, was die Arbeit mit lebenden Gath angeht. Ich halte es ja auch für ein Risiko, aber der mögliche Erfolg überwiegt das bei weitem. Eines Tages werden es Ihnen, Ihre Söhne und Hüchte danken. Wer weiß, wer weiß. Ja, ja. Es gibt eine Bahn auf der unteren Ebene. Gehen Sie dorthin so schnell Sie können. Yo. Oh, jetzt kommen wir gar nicht mehr zurück, da wovon wir nicht reingekommen sind. Schade. Ähm, na, Pech. Pech. Shut your face. Oh. Aber ich sollte dafür nicht die Schnapper nehmen. Das ist eine automatische Sicherheitswarnung. Geldaktivität wurde geortet. No shit. Bitte bleiben Sie auf Ihren Positionen bis eine Unbedenklichkeitsfreigabe enthalten wurde. No shit. Willkommen. Das heutige Mittagsabend. Oh shit. Den da hinten müssen wir. Aktiviere Kampfdrohne. Aktiviere Kampfdrohne. So. Bleibt doch in der Kampali. Was soll denn jetzt den Jäger? Oh ne, den Versüßter ist das sogar. Den Versüß... Versüßter? Ach ne. Zählkontakt. Oh, Vorsicht. Ich habe einen Riss. Das ist schlecht ein Riss. Also man muss die Kameras nicht kaputt machen, aber... Kampfbereit machen. Mach mir mal gegen einen Nauk. Hektieren... Oh shit. Oh shit. Oh shit. Geh'n gutter. Geh'n gutter. Geh'n gutter. Geh'n gutter. Heckerino. Geh'n gutter. Geh'n gutter. Geh'n gutter. Geh'n gutter. Geh'n gutter. Geh'n gutter. klauen schwere munition immer gut immer gut sollte man immer mitnehmen noch ein paar wüste zielkontakt na lauft doch nicht vor was hast du ihn rangepullt danke er war zuhause kein riesig Okay, das ist der Teil auch. Und dann müssten wir eigentlich wieder... Na? Na? Na, geht doch. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Feier, da wir wieder bei der restlichen Aufnahme aufgeschlossen sind. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye!